Dentaltechnik Wietzel – die Adresse für hochwertigen Zahnersatz. Wer qualitativ hochwertigen und funktionellen Zahnersatz sucht, kommt am saarländischen Friedrichsthal nicht vorbei. Ausführlich und individuell werden Sie über die neuesten Methoden der Dentaltechnik beraten. Das einfühlsame Eingehen auf unsere Kunden unter Beachtung deren individuellen Wünsche ist die gelebte und täglich umgesetzte Philosophie unseres Teams. Exklusiv im Saarland bietet Ihnen Zahntechnik Wietzel zusätzlich die Innovation Lächeln to go. Dabei können Sie und Ihre Bekannten in Rekordzeit von nur wenigen Tagen bereits Ihr neues Lächeln bestaunen. Mit modernster Computertechnik und höchster Präzision wird Ihr individueller und dadurch einzigartiger Zahnersatz gefertigt. Unsere Zahntechniker verbinden dabei die handwerkliche Perfektion des Zahntechnikers mit einer künstlichen Hingabe, die Ihresgleichen sucht. Das perfekte und dauerhafte Lächeln steht im Fokus. Wir finden für jeden Patienten eine ideale ästhetische Lösung. Ihr neuer Zahnersatz wird sich schnell wie Ihre eigenen Zähne anfühlen, nur eben viel strahlender und schöner. Zahntechnik Wietzel in Friedrichsthal – die Adresse für hochwertigen und brillanten Zahnersatz im Saarland. WDR 2019